Musik So Pyrus, 4. Dezember Das Päckchen befindet sich hier hinten beim 23. 23. Päckchen angelehnt Schaut so aus Dann würde ich sagen, begeben wir uns direkt ans Auspacken Und ja, dann schauen wir jetzt mal rein Wir haben hier ein Rentier Eine Gans, beziehungsweise Ente Ein Schneemann Ein Weihnachtsmann Hier noch ein Schneemann Und ja, würde ich sagen, packen wir das Ganze jetzt wie gesagt mal aus Türchen Nummer 4 Langsam geht es dann in Klasse 2 über So die nächsten Tage wird das denke ich vermehrt vorkommen Dass halt Klasse 2 Artikel enthalten sind Und wie ihr hier erkennen könnt Sind hier auch schon Die ersten Klasse 2 Artikel Aus meinem Adventskalender So sind das die Supercrackers von BVD Ja Importeur Ebenfalls BVD Wie die aussehen, weiß denke ich jeder Hinten mit Gips und vorne mit Gips zugemacht Und dann würde ich sagen Gehen wir raus Und zünden Das Mäckchen des 4. Dezember Viel Spaß So, jetzt aus dem 4. Türchen die Supercrackers Vom BVD Zünden wir einfach alle hintereinander weg Genau Nicht schlecht, ich schnippse nur noch ganz ordentlich Die Beine ging nicht Ja Der ging auch leider nicht Der ging aber Es sind relativ viele Fehlzünder dabei Die Atmenschirmsel Aber die sind Für die Größe sind die noch relativ Ordentlich Würde ich jetzt behaupten Ja Die sind richtig gut Und der letzte Heftig Und dann sehen wir uns beim nächsten Türchen